Moin Moin Digga, ein schönes Netz. Willkommen zurück zu uns bei der CDT. Moin Moit! Kinder Spaß? Wie es halt so ist. Oh, das ist ja schön. Jay lässt zusammen hier so einen Handyvertrag abschließen. Komm schon. Wo bist du denn? Muss ich nicht im Customer Service finden oder wo? Ne, ich bin bei... Doch, Customer Service. So ungefähr. Oh oh. Ich hab... Gar nichts. Was ist denn da los? Ich hab den Employee of the Month mal geändert. Ich hab auch echt nichts gekriegt. Was ist das für ein toller Random-Mark? Christian, wo bist du da rausgekommen? Ja, ich hab den Employee of the Month gefunden. Free Roaming! Das ist total nice. Weißt du? Ne, nix EU. Das ist Dollar, Peter. Das ist Amerika hier. Die Handys sind ja... Wo ist denn hier das... Da hat immer was geschossen. Dalu da hinten. Ja, Dalu hinten durch. Okay, Dalu draußen. Dalu? Dalu hat gerade mit... ... Una gelben Linie hinter sich hat sich auf uns geschossen. Jajaja. Ja, jaja. Mach mal weg. Der wartet hundertprozentig. Der ist Axel Frost, Junge. Von hinten! Wie von hinten! ich bin gerade angeschossen worden von hinten dadurch glaube ich noch jetzt liegt hier rum mit dem gang habe ich da du das ganze am ende da das ganze am ende der ist irgendwo da ich habe ihn habe ihn habe ihn egal die schott kann nämlich noch einer weggerannt das letzte die letzte musikstück für da du spielt oder anders gestern oder negros jetzt hätte er nicht geblame dass du unsere dass du dann ja der war traitor ich habe ihn ganz böse als mein freund was ist bei mir ist der ist die leichten verteidigen machen wir ihn jetzt dahinten dahinten oh braun hat mich getroffen von hinten leer wieso lehrt der nicht automatisch noch der ist jetzt natürlich unglücklich peter war auch leer der musste auch einen anderen klick ja das war der andere wieder einfach so das baby oder war er durch den raum geflogen er hat nur mit geld geschmissen mit geld ich darf es immer mit geld geschmeißen da wird die rente direkt aus ausbezahlt ich habe versucht er zu fangen und war schlecht da drin dann musst du so rumsehen du musst deine arme anlecken ich habe die abschlusszeremonie gehalten ich hoffe du warst gerührt war playback fand ich schlecht live soll ich nächstes mal singen ja dann hätte ich es schöner gefunden ja aber ne dann nicht peter ja hier klingelt jemand auch wie hoch kommt wohl peter und peter draußen war ein diegelschuss hier bei uns um die ecke war ich dachte du wärst das gewesen nein ich hab bram gefangen ich hab bram gefangen der ist nämlich afk der hängt hier in der ecke mit dem gesicht zur ecke bram ist am kaufen mach ihn weg ich hätte dich vorher gefragt ob du mal kurz stehen bleiben kannst peter ok war das nicht sepp bist du nicht gerade schnell hier reingekommen 20 prozent auf sepp oder was 20 prozent auf sepp oder was 20 ist ja noch nicht so viel ja das kann ja auch jeder gewesen sein deswegen weiß ich es halt nicht deswegen sind es auch nur 20 was ist überhaupt passiert wenn ich dir 20 prozent krieg hast du mir da reich geschnüffelt oder was du bist ja egal wo ich bin du willst mich doch ich kochse nur hier um mich zu töten ich bin detektiv das hätte ich ja machen können ja und erinnert ihr dich daran dass ihr mich trotzdem töten kannst ja ich will einfach nur mich beschützen ja das kann ich jeder ja dann ok dann mal nicht so hin ich bin hinter dir ich bin hinter dir hörst du mich beschützen ich mag da nie aber wenn du eben machst wenn du trader bist weis ich nicht ne ich komisch du musst ja ein safe-room haben oder so wenn du jetzt deine security-dienste anbietest ne safe-room ich will aber keinen innocent machen wenn du innocent wow hier standen ich schon die ganze zeit während ich auf kam ach so gar ich wusste gar nicht wo du bist ja dann halt nicht Schlechter save, wenn ich da so reinkomme. Geht so? Geht so? Geht so? Da ist Federer! Da ist Federer! Der kommt von hier raus, Federer! Ich dachte, der kommt da von rechts um die Ecke. Wenn Christian mich blamet, dann war Christian das. Christian war das nicht, der war auf unserer Seite. Du kannst ja nicht durch. Ich meine nämlich auch, dass es drin war, Sepp. Ja, es war drin, ja, aber da kommst du nicht von hier draußen dran. Ich dachte, man kann die Rolltore aufmachen. Nein, du musst rechts, rechts gehen. Hier drin, hier drin. Dalu, Dalu ist es. Oh Gott, ne, da. Wo ist er hin? Dalu ist dead. Tür zu. Dalu ist tot. Okay, warte, warte, bleib. Okay. Da ist er, Federer! So, ich hab Federer gemacht. Wer liegt hier noch? Okay. Peter? Nice. Ah, okay. Bleib stehen, bleib stehen. Mach Tür zu. Ne? Ne. Ne, mach mal nicht. Dann ist Bram der andere. Oh fuck, Alter! Na, schade. Nein, wie geil. Ich dachte, Bram wäre da eh auch. Oh, Bram. Revenge of the Bram, Alter. Ich dachte wirklich, dass Christian der Böse war. Ja, Bram hat ja auch den Traitor gekillt. Also, das kann man schon mal denken. Ja, okay. Das war gut gemacht von mir. Revenge of the Bram, ey. Ja, so ist okay, Bram. Jetzt sind wir quill. Du bist, du bist aber schon nach links gelaufen, Federer. Du hast schon das mit deinem Kopf leider, bevor ich so, oh. Aber ich konnte auch nicht oh sagen, sondern ich muss natürlich dann direkt so super reden. Ja, ja. Das hast du aber wirklich, das hast du gut gemacht. Hast du wirklich schnell reagiert. Das hab ich dir auch abgenommen. Oh Mann, ey. Das Einzige, wo ich echt Angst hatte, war, ist, dass Jay darauf reagiert so, hä? Woher weiß ich denn, dass ich einen Traitor töte, bevor ich den hier konfirme. Wenn der halt Blödsinn gemacht hat. Ja, ist ja easy. Ja, stimmt. Also wenn er Blödsinn macht. Okay, das will ich haben. Robert, war das denn? Achso, ja, das finde ich gut. Hat der jetzt schon irgendeinen Schalter-Run? Okay, wir müssen mal kurz gucken, ob irgendeiner richtig weit von uns versucht wegzurennen. Run. 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 Hast du das, Run? Wo weißt du, dass immer noch der Run-Song kommt? Run. Run. Achso, ja gut, ich bin davon ausgegangen. Ich weiß es natürlich nicht. Ja, wenn er den jede Woche ändert und er sagt Run, dann ist das safe, oder? Und wir haben ihn nochmal ausgewählt. Achso. Ey. Dados ist innocent. Dados. Voll smart argumentiert für mich, muss ich sagen. Ja. Mach ich tüchtig trotzdem, wenn's sein muss. Ja, wenn's sein muss, ist klar. Auch wenn's nicht sein. Ja, manchmal auch. Ich werd als erster weggemacht. Nee, komm zu mir. Kannst du dich einrichten, Dalu. Dalu. Ja, genau. Geht zu Frau. Oh nein. Dalu. 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 Wo denn? Wo ist er denn? Genau. Der ist links rausgelaufen. Der ist links rausgelaufen. Wenn's ein bisschen. Dalu, du Sahel. Ich rappe für dich. Ich hab ihn getötet. Ich ficke dir. In dein Gesicht. Warte, warte. Warte, warte. Warte, warte. Warte, warte. Gib mir den, ich bin innocent. Dalu. Ja. Warte, ich hab' Dab, ne, Dab, geschossen! Geschossen! Nicht abhauen! Ich vermisse dich so sehr. Ja, genau. Geh mal kacken. Da gehör da hin. Hab ich die Tütze gemacht? Sorry. Irgendwas mit Sepp wurde angebrüllt, weil er sein ist. Er muss hier irgendwo sein. Oh. Jay, der Neko. Das ist immer schade, wenn man als Niko stirbt, wenn hier so viele Leichen rumliegen. Wir sind die einzigen beiden Homies, die noch am Leben sind, glaube ich. Ja, der Homie, du der, auch Homie. Oh Gott, ich bin immer noch ein bisschen... Wo ist der Sepp? Oh, ja, da ist er hinter mir. Oh, oh, oh. Nice try. Das würde mich jetzt mal interessieren. Okay, war Peter schon Männer, also erst Männer alt oder alt? Alt. Was? Was? Ich glaube Männer alt. Von der Stimmlage. Das ist halt hoch. Was ist daran nicht gut? Das heißt wirklich Männer alt. Also es gibt halt Männer alt, dann kommt alt, dann kommt Mezzosopran, das schaffen dann nur Frauen. Männer alt. Also das ist die Höhe der Stimme. Gibt es auch Phantasopran? Ja, in Düsseldorf, oder? Männer alt. Das ist echt belastend, wenn man halt normalerweise ist. Das ist die Güte ist es nicht. Nee, das ist es leider nicht, wenn man weiß, was das ist. Will ich das gar nicht wissen? Willst du nicht wissen? Du hinterfrag das gar nicht. Receive a random traitor item. Kann man auch machen, das ist ja krass. Mach mal für mich. Bist du Traitor? Nee. Gib mir auch mal. Du sollst mir, du sollst einst Receiven mir das geben. Aber was hab ich davon? Du bist Dete und dein... Ich geh davon aus, dass du dein Innocent bist. Wuuuuh. Ja. Einzelner Diegelschuss hierhin. Sepp ist Schakal. Okay, Peter, ich laufe die ganze Zeit an dir hinterher, ja? Das heißt, ich kann nicht gewesen sein. Ich glaube, da drinnen, in dem Raum selbst war noch Bram, der oben saß und dadurch. Das ist gelogen. Am Anfang, als ich da drinnen war. Ich bin in der ganzen Zeit in dem Supermarkt drin, Dirk. Ich hab Sieb mal erschossen, Leute. Ich bin immer noch hier. Das kann ich bezeugen, auch. Über Jester. Na süß. Okay, es gibt wahrscheinlich noch einen zweiten Jester. Aber einen Sidekick aus der Verfehlung. Walter regelt einfach. Was ist das, wenn er auf mich geschossen hat? Dann hätte er verfehlt. Oh mein Gott. Ich stehe die ganze Zeit hinter dir. Pass auf, ich guck mal, ich hab T-Suitcase gekriegt. Hey! Der Diegelschuss! Das geht hier ab. Wer war denn das? Ja, wer war denn das? Christian war das, der hier liegt. Nein. Oh. Der hat auch nicht geschossen mit dem Bumerang, aber der macht halt nur 50 Damage mittlerweile. Den haben die doch genervt. Dadurch ist der Andere. Der Bumerang hat ja ganz schön wegetan. Ist tot? Ey, wer lebt denn? Da oben! Jay! Was? Was? Ihr Traitor, verpisst euch! Wie Traitor? Wir haben den Traitor und den Jester gemacht. Ja, ja. Ist klar. Ich hab ne Silenced Orb gekriegt durch diesen T-Bag. What the fuck? Der ist immer noch da oben. Der ist hinten durch. Ja. Oh Gott, wo bist du? Du bist jetzt weggelaufen, oder? Oh ne. Ne, ne. Oh cool, was ist das da? Kann ich wieder auch dran? Ja. Vielleicht solltest du das nicht. Ah! Oh. Dafür hast du nicht gekriegt. Nein! Na was? Schade, ey. Der Kill auf Peter war gut. Mit der Kackwaffe. Tut mir leid, Dadurch. Das hab ich leider vergessen. Ähm. Der hat der Bumerang. Wer hätte ich denn noch sein? Aber ganz ehrlich, der ist der für mich. Kann überraschen. Der ist der für mich irgendwie unkauftrag geworden. Nein, ich glaub du sollst, dass wir beide gleichzeitig haben. Ja, du hast zwei aber noch. Ne, deswegen hab ich dann geguckt. Ja, aber normalerweise hast du nicht die Möglichkeit einfach mal zweimal zu werfen. Du musst mit dem Bumerang einen Rechtsklick machen. Dann bouncet der die ganze Zeit durch den Raum. Was? Ja. Macht der dann mehr Schaden, oder? Ne, also weniger für den Einzeltreffer, aber er fliegt halt öfter rum. Achso. Werft denn der Shotgun weg? Was seid ihr denn für Banausen? Weiter regelt Peter. Selber Banane. Buh. Banane-Raber. Diesmal, wenn ich raus würde. Wie weit verriegelt doch. Oh nein. Oh nein. TTT Sprint. TTT Akt. Es gibt zwei Trade-Toren. Interesting. Dünn. 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 Oh, jetzt ist es gut. Geil. Dados geht da oben aufs Dach hier mal. Das weiß ich auch nur, weil ich im Dach bin. Was ist deinem Trader-Kollegen gesagt? Was ist deinem Trader-Kollegen gesagt? Hey, Sepp? Du hast noch fünf Sekunden Zeit, nicht hinter mehr zu rennen. Bevor ich schieße? Zählst du an, oder wie ist das? Nö. Okay. Persönliches Ermessen. Okay. Oh! Warum schießt ihr denn auf mich? Der hat das Lager jetzt grad gesehen, oder? Der hat einfach angefangen zu schießen. Ich hab in Richtung Jay geschossen. Ich hab mich aber grad durch die Tür. Ja, das tut mir leid, Dalu, dass du da um die Ecke gesprungen kommst. Aber ich hab dich nicht getroffen, oder? Okay, Lagerhalle, Lagerhalle ganz oben hat eingekauft. Ganz oben in der Lagerhalle. Da wo Jay gekämpft hat. Ne, ne, ne. Achso. Letzte Runde. Jo, da ist Dalu. Da ist Dalu. Ich hab schon einmal auf dich geschossen. Der hat eine Bärenfalle da oben hingelegt. Dalu, du Sprecher. Dalu ist tot. Die Bärenfalle ist entschärft. Wie müsste der andere sein, ne? Das ist fucking OP bei der Position, glaube ich. Ich stehe hier, äh, ja. Rombard-Trader. Da war doch ein Deadringer. Ja, da war ein Deadringer. Da hab ich nicht drauf geachtet. Ja, aber das war nicht Dalu, weil Dalu ist... Da unten ist einer gestorben. Da ist einer gestorben. Ja, der ist, glaube ich, in der Falle gewesen. Der ist einfach irgendwann gestorben. Achso, stimmt. Vielleicht war er vorher... Ah, lol. Deshalb konnte ich nicht Verlangen sagen. Okay. Oh, hier liegt was. Deathfaker. Alles belastend. Oho. Oh, Bram war Jay. Oho. What? What? Mirrorfade? Ne, was passiert? Achso, Jay hat seinen Leichter... Achso. Ach, oh Mann. Wir haben noch einen bei den Handys, der läuft da gerade rum. Ja, mit der... Da ist dann der an der Falle Christian, oder? Ich bin bei den Handys, ja. Also Christian und Dadusch, finde ich, die können sich machen. Dadusch ist Detective oder nicht? Achso. Ja, dann macht Dadusch Christian. Dadusch macht nicht mal. Ich glaub, Sam ist da nicht. Nein, Dadusch, lass uns nicht gegenseitig machen. Ich bin über dir. Ich guck dich nur an. Ja, du kannst ja glauben. Das ist ein bisschen assi, die Position. Also Peter hat Dadu getötet, ja? Korrekt. Ja, das heißt Christian und Sepp müssen sich machen. Ah, okay. Bin er schon getötet? Es gibt vielleicht noch einen Sidekick, junge Damen. Ich sag's nur. Ja, also, dann kann ich dich auch machen. Junge Damen! Ich kann aus meiner Sicht das sagen. Dann mach ich gleich Jay. Damen mit an. Du hast doch mich da eh schon verfolgt und aggressiv angegangen. Was? Nur weil ich ein bisschen hinter dir hergelaufen bin, bin ich direkt aggressiv, oder was? Machst du hier auch Faktenverdrehung zu deinen Gunsten, oder was? Naja, Jay. Ich glaub halt einfach eher dazu, als Christian. Es ist Chris, es ist Chris, es ist Chris, es ist Chris, by the way. Nein. Okay. Kann ich dich erwischen? Er ist bei den Applications. Das finde ich ein bisschen belastend, dass er einfach durch die Wände guckt. Jetzt ist es halt echt ein bisschen assi. Komm, wir geh mal Christian machen, komm. Okay, ich komm runter. Ja. Ja. Einen ist Christian. Christian schießt auch direkt auf mich. Oh, der hat einen Doorbuster gemacht und Peter ist weggeflogen. Alter. Nice. Wo ist der? Oh, der ist hinter mir. Hinten drin. Oh, er hat mich angeschossen. Oh, Christian. Alter, du hast doch richtig aufgeworfen. Ja, ich hab Blank-Kill gemacht. Du hast einen in die Bärenfalle gelenkt, einen in den Doorbuster und einen in die Bärenfalle, aber... Wie hast du denn in die Bärenfalle gekriegt? Die war da einfach. Die lag einfach in der... Die eine Tür war Doorbuster, die andere war Bärenfalle. Ja, das Problem ist, ich hab das da alles schon geplantet und dann ist die ganze Action draußen passiert. Und ich war alleine in der Halle komplett. Ja, ja. Das ist doch geil. Du konntest dann wegs in Ruhe planten. Aber dann lag der schon lange. Ja, okay. Das hat funktioniert, Theorie. Da haben wir gerade erst erzählt, wusstet ihr, ob man aus der Bärenfalle wieder rauskommen kann? Nee. Doch. Das hab ich euch auch gesagt. Erzählt mal nicht. Du hast den Tick. Nur Christian weiß das nicht. Weil wir das vorher zu viert getestet haben. Ich war ein Prozent Chance pro Tick rauszukommen. Ah, achso. Ja, okay. Aber du musst nichts dafür machen, oder? Weil ich nochmal fragen wollte. Was ist das Crystal Knife? Das bringt dir nichts. Damit machst du die Kristalle weg. Das teleportieren. Achso, das ist das. Weil ich, als ich gestalt kicked wurde... Genau. Das hast du immer. Nimmt das denn Slot weg? Nein, auch nicht. Ist extra. Das hast du gehört, oder? Das ist der Shot. Ja. Und dadurch, dass ich das nicht höre. Wie bitte? Ehrlich jetzt. Ich hab jetzt wirklich nichts gehört. Was? Ich hab nichts gehört. Ich hab nichts gehört. Das ist klar. Ich hab's da hergelaufen. Spiderman Gun. Wenn Pedaven beschwiegt, ist der Böse. Kannst du mir erzählen, was er willst? Wenn ich jetzt keine Huge hätte, hätte ich dich abgemacht. Ich glaub, Tadosh ist es. Ich glaub, Tadosh ist es. Der fliegt durch die Gegend. Wenn du keine Watt hättest. Keine Huge. Aber du hast doch nie nen Huge. Ohhhh. Ui. Ui. Hier wird gefrontet. Tadosh, sonst geht's dir gut, ne? Jazz, Feder. Rede sonst nie so mit mir. Nächstes Mal. Du bist nie so nett. Tadosh ist ein Stück Dreck. Ich muss ihn abschießen. Das ist zu auffällig. Okay. Achso, okay. Da ist er. So. Oh, da ist jemand mir umgefallen. Ja, warte. Bleib geschmeidig. Was hast du jetzt? Nein. Er hat NAK in Hand. NAK kannst du nicht haben, sonst. Was hat mit welcher Waffe hast du ihn getötet? Mit der FN Fall. Moment, hast du nicht mit einer? Aha, der ist aber FN Fall C1. Hast du nicht mit der Deal oder so? Nein. FN Fall C1. Er hat 100 Schuss gebraut, bis er gestorben ist. Wo ist denn die Leiche da? Du kannst sogar hier draußen nachgucken, mit welcher Waffe er geklebt wurde. Wo ist denn die Leiche? Irgendwie glaube ich da noch nicht. In die Leiche rein, da steht sogar mit welcher Waffe er erschossen wurde. Ja, ist ja okay Dalu, wo ist der denn? Wo ist denn die AK? Die AK? Liegt auch an der Leiche. Direkt daneben. Okay. Dalu, hast du das jetzt mal angeguckt? Da ist da, Lukas. Wo ist die Leiche? Da ist die Leiche. Aber wenn der 100 Schuss gebraucht hat, warum hat Peter denn da nicht geschrien? Weil der war gar nicht gerade im Shop war. Ja, aber der redet doch normalerweise nicht. Oh geil! Nicht wenn er Trailer ist. Okay, also Jay, guck dir mal den Rücken an. Jay hat ne AK! Guck mal, hat der ein Messer drin? Ne, ne? Ich seh nichts, ne. Der war wohl Trailer. Der steht ja mit viermal auf nem Spot, ja? Wollt ihr mich echt verarschen? Wieso, hast du keinen Zug oder was? Wenn der Trailer die AK kauft, dann bitte keine Masse mit drin sein. Ne, Dalu, hattest du da in der Hand gehabt? Ne, Dalu, hattest du da in der Hand oder so? Ne, aber vielleicht schießt er nach von extern. Na, A3000 hatte ich in der Hand gehabt. Wann, ist denn da fallen gelassen worden? Ich glaub dem Jungen irgendwie nicht. Oh! Was? Die AK? Da hat einer mit mir die Position getauscht. Der denn in der Küche getauscht ist. Ja, Dalu. In der Küche. Ich bin hier anscheinend im Laden. Ja, ja. Hier, ich schieß doch vor euch. Oh, Jay schießt! Mit der AKs! Dalu auch, Dalu auch. Was? Na, Jay haben wir. Dalu ist hier noch vor mir. Dalu ist das? Scheiße! Die waren alle gut low, ey. Ja, die waren mit ihr. Alter! Da dachte ich, ich glaub mit einem Boom war die, ja? Ich wollte einfach nur aus dem Raum rauskommen. Weil Christian mir da Fragen gestellt hast. Und Peter konnte mal nicht mal playen, ey. Dann hast du viel zu schnell kapiert. Peter hab ich geplayt, der war richtig sauer bestimmt. Ja, der hast ja viel zu schnell kapiert. Ich bin einfach nur froh, dass ich euch tatsächlich gehört hab bei den Diegelschuss. Ja, deswegen mussten wir dich auch ausschalten. Ich war gerade am Kaufen, ey. Da durfte ich nicht mehr kaufen. Das fand ich schon ganz schön frech, der Diegelschuss. Mach der mich da einfach weg. Aber warum hast du nichts gesagt? Ich hab echt lange gebraucht. Ich war bei mir, bin ich um die Ecke gegangen und war tot. Ich hab echt vier, fünf Treffer gebraucht. Das ging so schnell. Und ich hatte auch keine AK in der Hand eigentlich, oder? Nee, aber du hast sie gedroppt. Ja, okay. Ja, natürlich hast du sie nicht in der Hand. Ja, ich hab echt an meinen Fähigkeiten gezweifelt. Aber als ich gesehen hab, dass sie da lag, hab ich... Äh, eins, der Diegelschuss in der Garage! Mein Dardosch! Oh, oh, Dardosch! Wer kommt da noch raus aus der Garage? Ja, die haben schnell hier zugemacht. Dardos ist mal down. Aber wer war hier noch? Der ist hinten! Der ist rausgerannt aus dem Haus! Da rennt... Aha! Wo, wo, wo? Ah, schön. Peter ist da hinten weg? Wir wissen überhaupt... Ja, hier durch ist der, ist der andere gekommen. Ich weiß nur, auf welcher Seite vom Gebäude reden wir. Da ist der... Was ist hier denn zu? Wie ist der denn rausgelaufen? Nee, der ist da hinten durch. Der ist schon längst weg. Der ist schon wieder drin gewesen. Es ist Bram, man. Das ist überhaupt nicht Bram. Das ist kompletter Bullshit. Dardosch der Arte. Drive-by. Ich glaub, da ist Bram. Und Bram war erst auf die andere Seite des Gebäudes gerannt und hat dann gefragt, auf welcher Seite über welche Seite reden wir. Ja, glaub ich auch. Damit er dann sagen kann, ich bin genau auf der anderen. Das stimmt nicht. Ich stand da sogar mit Christian. Aber J is it. J is it. J wurde einfach hingerichtet. J ist T wahrscheinlich. Da. Nee, nee. Der hat nämlich hier. Der hat nämlich gerade... Der hat irgendeine andere Waffe. Ich kann dir aber nicht sagen. War's. Ja, nee. Das ist der Sidekick. Aber wenn du nicht weißt was, dann müsste es ja da liegen. Ja, tut's ja auch. Wo sind die denn jetzt alle hin? Keine Ahnung, wo die hinten sind, Christian. Aber drin ist auch keiner. Moment. Dann ist noch Dalu wenigstens. Ich bleib bei Dalu einfach hoch. Ey, wie wär's mal, wenn ihr nicht bei mir bleibt? Es leben noch zwei Tee weiter. Aber der Rest ist nicht sicher. Ja, aber ich nicht. Ja, doch. Ich bin noch innocent, Dalu. Es leben noch zwei Tees. Weißt du, wenn ich die hinter dir herrenne, dann bin ich Tee. Was ist hier? Es ist so ruhig geworden, ne? Wurde Getrunken? Da wurd getrunken wie in der Garage, Dalu. Dann geh ich mal da rein. Dann geh ich mal da rein. Dann geh ich mal da rein. Und wahren mit dem Bulldozer? Wurde Getrunken? Wurde Getrunken? Das geht ab. Ey, Bram. Ich hab so gar keinen Plan mehr, wo der ist. Schade, Bram hat er gestorben in ein paar Sekunden. Nice. Am ey, der Ficker. Ja, von wegen hier. Bram muss es gewesen sein, so wie du geblamed hast, wusste ich, dass du Jester bist. Aber allein dieser Ausrede, ja, er hatte hier irgendwas, ich hab nicht gesehen was, aber er war schuldig auf jeden Fall. Ja, so schnell war ich dann nicht. Das war echt angenehm, weißt du, so in den Runden immer relativ früh die Deal gefunden von dem Gegner, dann stehen geblieben, damit der Easy auf mich schießen konnte. Das hat jetzt dreimal funktioniert, das war eine lustige Runde. Vielen Dank fürs Zusehen, haut rein, bis dann und tschau. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020